Hallo liebe Leute und willkommen zum nächsten Teil von Expresso Tycoon Let's Play. Wir sind mittlerweile bei der achten Mission angekommen. Babyhai in Gefahr. Ich sollte mal auf den Start kicken. Und ja. Okay, anscheinend sind unsere Ziele Bargeld zu besitzen. Was in der Recht wenig Bargeld mit 1200 ist. Wenn man überdenkt, was wir so im letzten verdient haben. Aber wir haben anscheinend ein Darling. Was wohl viel, ja, viel Geld in Anspruch nehmen wird wahrscheinlich. Und wir müssen Aufklärungsplaktikate anbringen. Aber gut, schauen wir uns doch mal dieses schöne Unterwasserkaffee an. Hey, also ein Stückes Unterwasserkaffee. Allein schon, dass man hierher kommen kann, sollte den Leuten Geld wert sein. Wir nehmen wieder das gute alte Rocket-Kaffee. Und die Schriftart gefällt mir gerade. Wir machen mal ein blaues Schild ausnahmsweise. Einfach passend zur Umgebung. Ja, dann holen wir nochmal eins von diesen Plakaten. Gehen wir mal stark davon aus, dass es hier unter speziell ist. Stopp die Verschmutzung des Ozeans. Ja, machen wir das doch hier so schön am Eingang. Vielleicht noch so ein bisschen drehen. Oh, mit Schildkröten drauf. Dieses Kaffee hat Schulden? Hier, dann guck mal doch mal, was für Schulden wir haben. Zahl ein Teil des Darlehens zurück. Wie hoch ist denn das Darling, was ich habe? Sind es hier diese 500? Ah, nein, 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 nein. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt ein Darling aufgenommen. Das wollte ich nicht. Ich dachte, ich kann hier so die Größe einstellen von dem, was ich zurückzahlen will. Aber dann weiß ich jetzt, was es ist. Das ist hier so das Darling, was ich gerade aktuell habe. Stand auf... Stopp, stand auf 500, oder? Ich glaube, das passt jetzt erst mal. Ich glaube, das passt erst mal. Ja. Okay, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was zurückgeschickt. Von Darling. Äh. Nachdem wir erst mal noch wegen mehr aufgenommen haben. So macht man das in der Geschäftswelt. Man muss Geld ausgeben, um Geld zurückzuzahlen. Ey, man muss sich jetzt mal Geld leihen, um Geld zurückzuzahlen. Ähm. Ja, deswegen bleiben wir jetzt erst mal beim Mäh-Kaffee. Der Gute von Mäh-Liter. Ein, drei Stunden reicht es mir, wenn es da ist. Ähm. Gleich mal. Die richtige Kampfmaschine. Ich finde es ein bisschen blöd, dass du halt gleich am Anfang eine Kampfmaschine hast, die halt nicht diesen Milch aufschäumen hat, obwohl du den... eigentlich schon direkt bräuchtest. Und... Und... Ja. Wir werden wohl eine neue Touristenfalle machen. Gehen mal das alles mal mit auf die Karte, was da ist. Einfach darfst du mir schon mal was haben. Wir fangen mal mit der Tasse an. Mal mit der Touristenfalle. So, was wollen wir denn hier? Gut hatten Kategorie gefällig. Milch, Streusel. Wenig Schichten. Viel Kalorien. Ähm... Ähm... Ist das eine Temperaturangabe? Nein. Gehen wir mal die heiße Milch. Ich glaube, die Streusel wären beim Topping, oder? Muss ich erst erforschen. Dann mache ich es jetzt erstmal ohne Streusel und tue danach, ähm... die Streusel erforschen. So, was brauchen wir hier noch? Du wolltest viele Kalorien. Weil der einzigartigen Pflege... Viele. Hey, warte mal. Wollen viele einzigartige Belege? Aber wenig einzigartige... Was... Was ist da alles? Ich dachte... Belege wäre dann hier beim Toppings, glaube ich. Sachen wie Streusel. Garnitur. Waffel rein. Und so ein... Schokomacron. Und Schlagsahne. Gucken wir mal, wie... Wie das sich da auswirkt. Das wäre ganz gut für Studenten und für Touristen, wenn es kälter wäre. Hm. Wir können das eigentlich jetzt so abändern, dass ich dann nur noch die Streusel bräuchte und dann wäre das ideal für Studenten und für Touristen. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das machen wir auch. Kälter werden. Durch die heiße Milch durch kalte Milch setzen. 10 und 29. Wie warm ist kalte Milch? 8. 8. 9. 9. 9. 9. War das jetzt so? War das jetzt so? 250 bis 300. War das jetzt so? 250 bis 300. So ein bisschen mehr Presso rein, dann wird es ein bisschen wärmer. Jetzt wird es so interessant auch für die, ähm, na, für die Bessigen. Kannst du noch größer? So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Streusel. Ansonsten habe ich ja drei Topics. Schauen wir mal, dass wir die Streusel möglichst jetzt nächstes erforschen, hätte ich gesagt. Nehmen wir auch nochmal hier eine andere Tassengröße. Einfach, weil es dann noch besser aussieht. Wenn die halbe Tasse leer ist. Und ja, das ist unsere Touristen für alle Studenten Special. Oh Gott, äh. Ja, müssen wir halt nur noch hier die Streusel erforschen. Muss ich gleich mal schauen. Na komm, wir stellen alles mal in gewissen Maß. Die Forschung und Recherche ist da. Warum kann ich nichts erforschen? Muss ich vielleicht erst Gewinn machen, am besten damit ich da was erforschen kann. Ist blöd. Aber gut, dann ist es halt so, aber ich kann trotzdem neue Leute anheuern. Nehmen wir doch gleich mal einen weiteren Barista auf, hätte ich gesagt. Der sich am besten zeitlich mit dem hier nicht verschneidet von den Arbeitszeiten. Der will vormittags arbeiten. Am ist ja vormittags, gell? Echt schlecht, echt schlecht. Geht doch besser. Susan, ich heuer dich, Mann. 12 Stunden ist schon mal ne Anzahl. Jetzt habe ich gar nicht nachts bevorzugt. Kann man das hier so machen? Ist doch ideal. Oh, das ist doch mal lustig gemacht hier mit diesen Wassercontainern für die Fracht. Und ja, dann eröffnen wir mal unseren Café. Muss ja jetzt hier möglichst bald ein bisschen Geld reinhauen. Ja, da kommt noch eins. Haben wir Snacks? Wir haben Snacks. Vielleicht kann ich erforschen, wenn es offen ist. Nein, vielleicht muss ich halt echt erst aus dem Minus rauskommen. Meinen Darling zurückzahlen. Ah, mehr Deko wäre jetzt auch nicht schlecht. Ist das die gleiche Stuhlfarbe? Ich gehe jetzt mal davon aus. Wir wollen mal nicht zu wählerisch sein. Schon sind wir pleite. Wir geben mal hier Vollgas. Du hast kein Geld mehr. Ja, deswegen wollte ich jetzt auch wegen Vollgas geben. Ah, mir fehlt Milch. Ich glaube, ich muss mal die Preise ein bisschen erhöhen. Ich hoffe, das stört sie nicht, wenn die Preise jetzt so ein bisschen erhöht sind. Ich wollte die Werte da mir gerade anklicken. Mach mal ein bisschen langsamer. Ein bisschen hoch. Ja gut, wenn nur ein bisschen. Das Menü bietet kein Kaffee an, den ich bestellen würde. Das ist die Aussage von Justin, zehn Jahre. Lieber Justin, vielleicht solltest du mit zehn Jahren keinen Kaffee trinken. Ich habe nochmal darüber nachgedacht. Was ist mit dir? Warum gehst du wieder? Du brauchst das hier viel zu viel. Fuck, okay. Ich habe damit schon fast... Ich habe das schon fast befürchtet. Ähm... Mal so. Leute, ich brauche Geld. Warum hier jetzt so viele Kinder? Dann muss ich wohl auf der Karte wohl etwas für Kinder machen. Was wollen denn die heutzutage die Kids, die unter Wasser gehen? Ähm... Platte Art nein. Anzahl der einzigartigen Belege wenig. Temperatur warm. Hirup. Kalorien mittel, Größe groß. Ähm... Heiße Schokolade. Hm... Sirup wollen die mit rein. Jetzt sogar anscheinend Schokoladensirup. Das ist doch mal nicht schlecht. Ja, dann geht es jetzt nur um die Temperatur... Feinstellung... Äh... Stimmung... Abstellung... Äh... Und ähm... Die Größe. Ähm... Die Temperatur ist ein bisschen warm. Mal noch kaltes Wasser rein. 26 Grad. Das muss über 30 Grad. Weniger kaltes Wasser dann... Doch wärmer. Ähm... Ich hab zu viele Kalorien drin, oder? Also minimal. Ich kann noch heißes Wasser mit rein kippen. Muss wieder wärmer zu machen. So... Ah... Das soll ja nur 200... Äh... bis 300 sein. Naja, dann... Können wir doch hier noch ein bisschen rum... spielen. Ich hab's die ganze Zeit zu viel drin. Ich hab's die ganze Zeit zu viel drin. So... Vielleicht... Ähm... Ähm... Äh... Die 18 oder die 14, das passt doch. Dann machen wir mal wieder 4 Kids. Glaub ich muss halt doch noch ein bisschen... Darling aufnehmen. Hehehe... Um die Zutaten zu kaufen. Alles gut, dass ich die Option jetzt habe. Dann... Kann ich gleich die dementsprechenden... Zutaten kaufen. Da... Können sich die Kinder nicht mehr beschweren, dass ich hier nichts mehr für sie habe. Sobald die Zutaten ankommen. Ein Flashmob hat sich vor deinem Café versammelt und zieht Aufmerksamkeit sowie Schaulustige an. Nice. Jetzt sind sie gleich alle beleidigt, weil ich noch nicht die Zutaten habe. Jetzt aber. Da... Äh... Steelpunkte brauche ich noch. Nehmen wir mal einen anderen Stuhl. Passen den so ein bisschen an von der Farbe her. Geht sehr gut. Ja. Jetzt habe ich die nötigen Zielpunkte. Komm auch mehr Leute. Okay. Ja. Und schon wird es besser. Aktuelle Trends. Ähm... Jetzt kann ich Sachen recherchieren. Warum auch immer erst jetzt. Extras. Aber wir tun mal ein bisschen Geld rein und hierbei... jetzt zählen tun wir auch wegen was erforschen. Für mich diese Plakate die wir dann noch brauchen. Ja. Das kann man mal wegräumen. Also... Bewertung ist genug. Die Punkte ist halt wieder was. Ich glaube, ich kaufe jetzt einmal mal wieder so eine schöne Jukebox. Die hat auch ganze sechs Zielpunkte. So ein schöner Techno unter Wasser. Komantisch, Klassik, Hip-Hop. Ich bin jetzt für Techno. Oh, nehmen wir mal Techno. Dann mach mal so ein Unterwasser-Rave hier. So, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen was in meine Mitarbeiter investieren. Mal die Schnelligkeit trainieren. Und du sollst mal dein Milch trainieren. Ja, dann lasse ich erst mal... Wären sich über den Geruch. Ja, unter Wasser riecht es halt manchmal ein wenig strenger, Leute. Gut, wir können auch mal hier ein bisschen aufräumen. Die hinterlassen auch sehr viel Müll gerade. Ich glaube, ich lasse mal so gedreht. Dann komme ich auch besser ran an den ihren Hinterlassenschaften. Ja, aber jetzt wird es. Jetzt wird es so langsam. Ich sollte mir mal die Kundenbewertungen nochmal angucken. Da, Kunden. Ja, gut. Vielleicht sollte ich mir die Kundenbewertungen angucken, wenn hier wieder was los ist. 4-4 habe ich gut was da. Million Geschäftsleute. Hipster fehlt noch. Ja, gut. Da können wir ja gleich mal gucken, ob wir für die auch noch was zaubern können. Hipster haben nix zu bestellen. Nie, nie, nie. Man kann halt nicht für alle was im Angebot haben. Hm. Missionsziele. Das wollte ich. Schlechtesten Zutaten der Stadt. Ja, ich bin sehr stolz drauf. Ich glaube, wenn es dann wieder mit den Zutaten ein bisschen knapper wird, dann verbessern wir die mal. Ansonsten machen wir jetzt hier nochmal ein paar mehr Sitzplätze. Ich glaube, den Stuhl habe ich zuletzt genommen. Ich weiß. Mann, haben wir sogar mal vier Stühle hin an einem Tisch. Oh, ich sehe schon. Mal kurz hier pausieren. Es wird schon, äh... Mein Geld ist jetzt durch die Kür ein bisschen... Ja, wir verbessern die Zutaten trotzdem mal. Alles auf einen Stern. Dann... Werden wir davon, irgendwas? 80. Äh, wir bestellen ein bisschen weniger. Ja. So. Danach können wir ja die Preise ein kleines bisschen anpassen. Hm, Kundenzufriedenheit. Rennen wir seine Kaffee-Fähigkeit. Der Preis von Latte Macchiato ist ein bisschen hoch. Bin schon wieder im Minus. Nicht gut. Ah, da kam meine Zutaten, die ich bestellt habe. Ich bin auch ein Steepunkt davon entfernt, wieder einen Bonus zu bekommen. Das ist echt... Okay, ich muss ja noch die Fähigkeit von Kaffee verbessern. Sehe ich gerade. Ja, aber ich bin jetzt zuversichtlich. Ich meine, ich habe ja gerade eben auch nicht schlecht Geld gemacht. Und... Ich könnte ja gucken, ob ich mittlerweile jetzt Streusel freigeschaltet habe. Bearbeiten. Puppings. Will ich nicht. Ich schalte gerade alles andere frei, aber nicht Puppings. Wahrscheinlich, weil ich auf Extras gemacht habe. Päusel. Kann man das überhaupt einstellen? Päusel, Früchte. Nee, hier wieder raus. Willst nicht speichern. Die Leute kaufen es auch so. Ähm... Ja, schön. Da ist das Problem. Topics muss ich erforschen. Die hier nützen mir nix. Aktuell. Da hätte ich mal jetzt ein mit Honig irgendwie für Rentner, Senioren oder Geschäftsleute. Da können wir gleich noch mal schauen. Ja, erstmal will ich das ein bisschen Geld wieder in der Kasse ist. Einfach aus solchen Gründen auch. Weil ich auch wieder neue Sachen bestellen muss. So, neue Zutat. Schokostreusel. Ich denke, das wird es jetzt tun. Erstmal. Puppings. Schokostreusel. Warum ist es nicht blau? Weil es zu groß ist. Warum ist es jetzt für euch zu groß, Leute? Ähm... Hey, jetzt Rumpfbastle kann ich mir den komplett wieder verhauen. Das sind hier noch so Kalorien sehr hoch. Okay, ja, nee. Da kann ich doch ein bisschen was rausnehmen. Warum geht es bei den Studenten wieder runter? Die wollen es groß. Was ja eigentlich nicht für Studenten gedacht gewesen. Hm. Hm, hm, hm. Voll warm deswegen. Pist. Wenn ich das zu hier rausnehme, geht es halt schlagartig runter mit den lässigen. Hier wäre jetzt wieder Präzisionsarbeit. Aber was stimmt bei den Touristen jetzt nicht? Nein, es ist doch, es muss auf 200 Wunder, Wunder. Okay, ja, dafür ist es wieder interessanter für Senioren geworden. Aber Ständen und Lässige sind sicher da auch sehr ähnlich gewesen. Vielleicht mache ich da noch einen für die beiden, der möglichst treffend ist. Ja, ich weiß, dass nicht genügend Vorräte da sind. Bleiben denn hier so Nebenmissionen? Kann ich vielleicht gerade gerne mal so schlecht gebrauchen, wenn sie extra Geld geben. Ach, da. Da. Könnt ihr wieder schön die Touristenzalle kaufen. Gleich, ja. Nächste Zutat, die jetzt fehlt. So, aber ich mache mich mal daran, ein neues Rezept zu machen. Ich mag es aber nicht, wenn es in Vollspeed weiter läuft in der Zeit. Und dann kriegst du irgendwas nicht mit, weil es die ganze Zeit in Vollspeed gelaufen ist, ist es dann für dich schon gelaufen. So, ich mache jetzt als Aufgabe einen Kaffee, der sowohl für die Lässigen als auch für die Studenten gut ist. Und in so einem Kaffee muss auf jeden Fall Mario rein. Es ist die Top-Zutat, die nur die feinsten Gourmet-Kaffee-Trinker benutzen. So, die wollen eine sehr große Tasse und viele Kalorien. Die wollen viel Koffein. Das bin ich richtig. Das ist die Vollavam-Kaffee-Frecht. Also, die hatred Munter haben eine sehr große Thy betting übersprungen für die Wirken-Kaffee-Kохi! Ah, die Walls auch warm. Dann nehmen wir X-Presor. Und so ein bisschen schalt getrautes Kumpf. Ja, ihr wisst doch die meine. Sehr hoch, warm. Das war mein Topping, gell? Wo er anzahlen kann. Eise Schokolade mit rein. Ich darf noch gut was rein. Das schmutzigste Café der Stadt. So die Auszeichnung wollte ich schon immer. Danke allen den Leuten, die hier einfach ihr Müll liegen lassen. Dass wir den hier als Deko weiter rumliegen lassen können. Eise Schokolade. Und der die Gast birds mit im Trauen weicht. Ich notes alle weniger Agreed. Zuerst folgen die Planung heitbar aus. Eigendlich darf man sich nie also algebra listsuchen. Ich glaube dazu noch einen Ticken weniger gegeben. Ah, die Gänges exists, später verändert man sich. Darf ich noch ein bisschen was rein? So was stimmt hier jetzt nicht. Ihr wollt eine Waffelrolle. Basis. Kategorie Belag extra. Wachsahne. Waffel. Geht hier noch? Halt. Ne zu warm. Darf man raus? Davon rein. Wie kriege ich das Kälter? Ohne dass ich da große Kalorien... Warte mal. Wesentlich mehr Kalorien durch die Sahne. Und so ist es doch wunderbar für die Studenten. Das ist jetzt der lässige Student. Äh... Äh... Das war der... Lässige... Ein Muss für alle lässigen Studenten. Hier draußen. Auf der Welt. Und... Ja... Sowas habe ich schon befürchtet, dass sowas passiert. Mocke habe ich gesehen, dass der noch wieder bestellt wird. Deswegen kommt der hier rein. Deswegen kommt der hier rein. Klarschiff machen. Wann die stapeln hier den Dreck auf den anderen Dreck. Uh... Da könnte auch noch mal eine schmutzige Tasse auf der Tasse vom... Feuerringbesitzer drauf. Ne, ich hätte doch pausieren sollen. Da waren die ganze Zeit die Tassen, die gefehlt haben. Hier an der Seite. Ist jetzt erst aufgefallen. Aber jetzt sollte es doch mal ein bisschen laufen. Wenn dann gleich noch die finalen Zutaten kommen. Und ich noch mal ein Mitarbeiter trainiere. Du kriegst ja schon eine Ausbildung. Äh... Sonst brauchst du nicht... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab hier noch was, was ich machen muss. Ich brauch hier nämlich kein Geld mehr für die... Kaffeeeditor... auszugeben. Ähm... Nex. 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 Erforschen. Bring Geld ein. Und das, was ich machen kann... Zeugen. Ich besuchen. Und... Beschweren sich über den Preis? Okay. Dann muss ich doch alles wieder ein bisschen runter. das war jetzt ein paar bessere zutaten aber nein das ist natürlich egal dass ich extra teure zutaten sie geauft habe auch herr zutaten damit so war warum gehst du schon wieder locker kostet hier viel zu viel mehr mehr geht nicht leute ich muss ja auch irgendwie geld verdienen hier meine dürfte immerhin unter wasser kaffee trinken kann nicht jeder ok der preis von der lässigen student ist sehr günstig das heißt da kann ich noch mal 1 2 anheben mir fehlt noch ein stilpunkt nehmen wir doch mal hier so eine pflanze mitten auf dem tisch steht beschweren sie über den preis vor allem war noch zu günstig jetzt zu teuer entscheidet euch mal er soll doch warum ist denn nicht mehr weil weil die ihre trends geändert haben wollte jetzt kleiner die wollen strazatella ist drin ich hab keinen bock das jetzt war aber neuen für die anderen gruppen jetzt männer eins von beiden was wollt ihr denn koffein sehr wenig ist mir ein wenig koffein anzahl der einzigartigen ich konnte mich auf beiden eher hätte ich gesagt ich konnte mich auf beiden eher hätte ich gesagt weil bei dem anderen war es glaube ich student bei dem letzten student war es auch nicht so unbeliebt also bei senior wenig koffein anzahl der einzigartigen expresso fürs koffein weniger 25 so ist es soll sein tonic komm mal hier tonic rein tonic unter welcher kategorie das eine was ich nicht erforscht habe kategorie basis mich dass ich es für für die hipsters besten mache gleichzeitig möglichst die geschäftsleute abdecke was wollt ihr hier noch ihr wollt jetzt wieder eine ganz andere vielleicht bei den senioren geguckt der trendlatte art nein hatten sahne wenn ich das wieder raus tue schlagsahne warm geschichten schlade mit rein heißes wasser mit rein was du her kann ich doch nicht entgegen kommen außer mit den vielen fichten wollen latte art nein noch ein bisschen kalorien technisch kann es sein die dicke sahne irgendwie müssen kaltes wasser erzählt es nicht als einzigartiger belag artigen schichten ah die wollen ganz viel toppings mit oben drauf branche und drei ob zu viel vier fünf jetzt ist schon wieder zu viel kalorien wie viel zu viel kalorien zu viel 666 kalorien ist doch mal eine gute zahl die wollen maximal 249 das ist haben die sich vorgestellt ähm ähm dicke sahne vier heiße schokolade kaltes wasser kaltes wasser kann aber nicht mehr rausnehmen ja ne dann streite ich die ganzen topic sachen alle haben die halt pech gehabt wer entgegenkommt kann ich halt leider nicht fuck könnte ich noch rein tun branchenscheibe warum gehe ich immer da zurück eigentlich woanders hin ähm ja auf die ähm verlob bekommen davon ja und mehr kann ich den wenn ich es halt jetzt noch auf die mittlere größe hochkaliere dann jetzt noch mal ein bisschen ja also wir haben hier wasser bahne expresso schokolade und orangenscheibe das ist äh ja wie nennen wir dieses tolle getränk ähm arangen wasser mit plus Kaffee halt so ähm glaube ich nehme echt diesen anderen expresso raus den habe ich jetzt auch nicht so wirklich mitbekommen kommt der hier mit rein erhöht das soll jetzt erst mal laufen hier wasser aber wir haben neuen snack freigeschalten Wir gleich mal platzieren können. Das passt so schon. Ich muss halt jetzt noch irgendwie meinen Barista aufwerten. Für das brauche ich wiederum Geld. Ich muss da fangen. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich nicht einfach noch ein weiteres Darling aufnehme, nur um den aufzuwerten. Den Rest habe ich eigentlich nicht so weit erfüllt. Ah, nee, Bewertung. Die sind gerade ein bisschen... Sprich. Werden niedriger. Können Sie eine Milchfähigkeit, können Sie eine Kaffeefähigkeit. Ja, dann beschweren Sie sich halt ein bisschen über die Fähigkeiten. Aber ansonsten passt es. Dann nehme ich das Darling, um die Fähigkeiten zu verbessern. Dann sollte es da auch ein bisschen vorangehen. Du so. Du darfst dich in Kaffee verbessern. 13.240 die Umschulung. vielleicht mögen sie auch einfach die techno-musik unter wasser nicht vielleicht wollen die doch minus früher ist so ein bisschen lounge musik ich habe das Gefühl es kommen halt allgemein wenig leute alle beim ansehen liegen alles kriegen wir so hin geht er jetzt schon wieder ein stück weit hoch nächste lieferung an zudaten finde ich die unterwasser location noch echt ganz nett klein vielleicht so wenn man auf dauer spielen würde aber gut man kann ja auch jede karte aus der mission der dann noch mal als freies spiel zum beispiel auch spielen man kann sie auch so weiterspielen nach der mission was sagt war ich liebe jetzt dieses café was ich gerade erstellt habe wenn man auch sagen ich will jetzt damit unbedingt weiterspielen und das einfach ganz normal weiterführen alles kein problem wenn mal die volle volle da kann ich glaube ich schon mal wieder ein bisserl was und da hin zu jetzt geht es aber langsam bergauf wertungen werden auch besser weil ich 20 erreicht habe hier auch erstmal wieder einen kleinen finanziellen bonus meines wissens das habe ich ja alles erreicht für die nächste goldene kaffeebohnen und deine geschwindigkeit und du kannst auch deine geschwindigkeit verbessern und deine geschwindigkeit und du kannst auch deine geschwindigkeit verbessern nehmen wir alles nur unsere mitarbeiter erstmal damit jetzt einen großen teil von unserem geld aber wir müssen noch mal was anderes kaufen wir haben ja hier noch die vorgabe mit den infoplakaten die könnten wir jetzt hier auch noch machen bis dahin bis dahin dann müsste der teil der mission erledigt sein geht es halt jetzt wirklich nur noch um schulden abarbeiten und ein plus geld haben ähm was ist das jetzt hier mit plus 5 bewertung als strafe kann ich leben Recherche Menü Snacks zählen ja auch als Gegenspiel Wir haben neues Snacks Jetzt ein bisschen mehr in Recherche rein Doch schneller erledigt Mal die neuen Snacks doch gleich mal Mit rein Oh leckerer Kuchen Waffeln Achso das sind Waffeln Ja dann Waffeln So Aber jetzt läuft's Wir haben ein größeres Angebot für alle Die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter sind auch erhöht Können wir gleich mal die nächste Ladung an Sachen zahlen Dann werden unsere monatlichen Kosten noch niedriger Ah wobei Kann ich eigentlich schon fast alles zurückzahlen Sind wir noch bei 100 Sind wir noch da und kaufen Ich habe mich schon gewundert Dass diese Wolke um den alten Mann ist Aber Müsste ich es jetzt nicht geschafft haben Ah ich brauche 1200 Ups Na gut aber noch so einen verkaufsstarken Tag Und dann Ist eigentlich schon oder Hässlich ein bisschen Stücke habe ich jetzt schon erledigt So das kann weg Gute Frau Ich wollte sie nicht anklicken Ich wollte nur den Müll vor ihnen beseitigen Kommen die 3 Stunden Überspringen wir mal Straf akzeptiere ich mal Ist auch so schön gewesen Um wahr zu sein So Leute Gibt nochmal alles Drehzeln gibt auch noch nein Dann sollte es jetzt eigentlich Am Ende des Tages gewesen sein Hätte ich gesagt Nein wir haben jetzt auch noch ein paar neue Snacks Mit dem Angebot Auch nochmal ein bisschen Ansprechend Für die Kunden es Geld darzulassen Ich bin ein speziell Ich mach ja ein Kaffee Hat einen Reinigungskosten sind 129 Euro Ja stopf das einfach Bei die Waschmaschine Und fertig Ja ok Vielleicht Auch nicht so schnell Aber wir machen jetzt einfach nochmal Einen kleinen Kaffee Weil wir jetzt diese Aufgabe haben Wir machen ihn für Senioren Hätte ich gesagt Was wollen denn die Senioren Heutzutage Mittlere Koffeingehalt Temperatur ist egal Dann nehme ich Expresso Und ich habe schon fast alles erreicht Okay Soll klein sein Dann nehme ich eine andere Tasse Weil Brauche ich keine 400ml Tasse Nehmen wir Nehmen den hier Anzahl der einzigartigen Schichten Dann so Und So 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 Wie viel Koffein sind wir Drei in fünf So Dann Fehlt noch eine Schicht Warum wollt ihr immer so viele Schichten haben Leute Ich leg noch ein bisschen Heiße Milch rein Weil ich großzügig Anzahl Hege Stile Vier Zwei Zwei Vier Hier Das ist das so Touristen könnten den auch nehmen Ah die Senioren wollen wenig Kalorien Aber hauptsache Viel Toppings Mal nochmal Ähm Hm Leute Wie habt ihr euch das vorgestellt Liebe Senioren Wenig Kalorien Probeere Dafür tun wir das mal raus Äh Wie stehen wir jetzt aktuell so insgesamt da Wollen Hier hat mal 50 Kalorien Fucking 50 Kalorien Und Schlagsahne Umdorf Kann es sein Dass die Schlagsahne Allein schon mehr als 50 Kalorien hat Ja Äh Äh Hm Da ist entweder ich lasse das Weg Ja Sehr wenig Kalorien kann ich nicht erreichen Wenn ich Die Anzahl der Belege Einhalten soll Eins von beiden Muss halt dann weg Wird dann die Anzahl der Belege Einfach wegstreichen Wenn es aufs gleiche hinaus kommt Kommt aufs gleiche hinaus Also haben wir hier Äh Zamtgepanschten Kaffee Mit Milch Und ein bisschen Milch Das ist ja fast schon wie so Äh Reste Tasse Ja Damit Was Nein 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 Wenigstens ein bisschen was in der Tasse Hat nicht bewegt Ah ich bin schon bei den vollen 100 Wie nennen wir jetzt dieses Wunderbare Kreation aus Warmem Kaffee Kalten Kaffee Heißem Wasser Kalten Wasser Heißer Milch Keine Ahnung Hot and Cold Misch Arsch Keine Ahnung Äh Es geht eh nur noch um die letzten Ein paar Ingame Stunden Minuten Jetzt auch gar nicht mehr machen müssen Aber ich wollte diese Mission noch abschließen 360 Ja Voll wert Oh man Oh man Oh man Superbizzie sich egal meine mitarbeiter kommt schon gar nicht mehr hinterher bei der nachfrage aber jetzt noch zu schulen lohnt ja immer wir waren hier noch die mission fertig und dann ist das für heute auch gut na wer wird der letzte kunde sein das könnte sogar mit denen dann gleich enden wenn er gut bestellt nicht ganz das ist unsere finale und dann auch nicht wer wer wird sein letzte kunde ja somit hat mir jetzt auch die 8 mission war es jetzt abgeschlossen unter mehr wunderschöne location war anfang ein bisschen schwierigkeiten aber wir haben es ja wunderbar gemeistert wenn euch das video gefallen hat lasst doch ein like da oder auch am besten doch ein abo und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen resttag gute nacht wann auch immer das video angeguckt habt und bis zum nächsten mal aus